Hallo und herzlich willkommen zu meiner kurzen EM-Prediction. Ich halte mich extra kurz, sage extra nicht zu viel zu den Teams, damit das Video schön kurz und knackig bleibt und man einfach sieht, was ich denke, wie die Gruppen ausgehen. Und dann sage ich vielleicht zu jeder Gruppe noch ein, zwei Sachen. Ich glaube, meine Gruppenphasen-Prediction hat erst recht, einiges an Potenzial richtig reinzuscheißen. Ich glaube trotzdem, dass es sehr, sehr interessant ist. Es ist einfach nur meine Meinung und wir starten jetzt direkt mal mit Gruppe A rein, wo ich natürlich Deutschland auf dem ersten Platz habe und dann sehen wir auch schon die ersten Überraschungen. Ungarn habe ich auf dem zweiten Platz. Ich finde einfach, die Mannschaft ist überrangend. Sie spielen guten, schnellen Fußball. Die Schweiz sehe ich sehr, sehr überraschend auf Platz Nummer 4 und Schottland erwartungsgemäß auf Platz Nummer 3. Ich sehe ein Risiko, dass wir Schweiz und Ungarn tauschen könnten und es so ausgehen wird. Aber ich sehe Deutschland auf Platz Nummer 1 und Schweiz auf Platz Nummer 4. Ganz simpel gesagt, gehen wir zur Gruppe Nummer B, wo ich Italien tatsächlich auf Platz Nummer 1 habe. Spanien auf Platz Nummer 2. Zwei Mannschaften, die man wahrscheinlich eher tauschen würde. Ich denke, einige sehen Italien weiter unten. Ich glaube, die italienische Mannschaft wird ziemlich weit kommen in der Europameisterschaft. Und man unterschätzt sie ein bisschen, obwohl nicht alle sie unterschätzen, aber ein paar schon, finde ich. Das merkt man. Und somit sehe ich Italien auf Platz Nummer 1, Spanien auf Platz Nummer 2, Kroatien sehe ich tatsächlich nur auf Platz Nummer 3 und Albanien logischerweise raus, muss ich leider sagen. Kommen wir zur Gruppe C. England erwartungsgemäß auf Platz Nummer 1 und ich finde, dann könnte man sogar für jede Platzierung ein Case machen. Ich sehe Serbien aber so jetzt auf Platz Nummer 2. Ich finde die Mannschaft einfach individuell ziemlich, ziemlich stark. Dänemark auf Platz Nummer 3 und Slowenien sehe ich ziemlich klar sogar raus, obwohl ich habe jetzt auch hier Punkte an der Seite. Ist ein bisschen überflüssig, weil Slowenien wird ein, zwei Punkte auf jeden Fall holen. Das ist jetzt auch nur so ganz grob getippt mit den Punkten, aber das ist auf jeden Fall, wie ich die Tabelle tippen würde. So, kommen wir zur nächsten Gruppe. Niederlande auf Platz Nummer 1 tatsächlich. Viele haten die Niederlande. Ich glaube, sie werden ziemlich weit kommen, werden gut spielen, können Frankreich ordentlich Druck drauf machen. auf dem Kessel. Ich glaube, Frankreich wird nämlich nur Platz Nummer 2. Österreich sehe ich tatsächlich sogar raus. Ralf Rangnick, der Coach. Ich habe tatsächlich eigentlich sogar Hoffnung auf Österreich und könnte mir vorstellen, dass sie was machen, aber in dieser Gruppenphase sehe ich sie raus. Und Polen auf Platz Nummer 3, womit wir zur nächsten Gruppe kommen, wo ich Belgien erwartungsgemäß auf Platz Nummer 1 habe, Ukraine auf Platz Nummer 2 und Sovakei auf Platz Nummer 3. Rumänien raus auf Platz Nummer 4 direkt. Ich glaube, Rumänien hat keine Chance und ich glaube, den Rest würde jeder fast genauso tippen. Ukraine hat eine gute Entwicklung genommen, hat ziemlich gute Spieler und Belgien, da brauche ich nichts zu sagen. Man erhofft sich jedes Jahr, dass sie vielleicht sogar einen Titel gewinnen. Klappt leider nie. Dieses Jahr sehen wir, ob es klappt oder nicht. Ich werde auch noch mein Halbfinale gleich tippen, aber das ist auf jeden Fall meine vorletzte Gruppe. Kommen wir zur letzten Gruppe. Portugal auf Platz Nummer 1, erwartungsgemäß. Und dann wird es sehr, sehr interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass einige sich denken, wieso tippe ich das so? Aber ich sehe Georgien auf Platz Nummer 2. Wir werden ja gleich sehen, was ich mit Georgien noch vorhabe. Aber Georgien Platz Nummer 2. Tschechien Platz Nummer 3. Türkei war bisher in den letzten, ja, eigentlich noch nie so wirklich gut. In den letzten internationalen Turnieren sind immer früh ausgeschieden. Und das ist meine letzte Gruppenphase-Prediction, womit wir jetzt zum Halbfinale kommen. Und im Halbfinale sehe ich Georgien. Ich sehe Georgien im Halbfinale. Das könnte mir richtig um die Ohren fliegen, dass ich Georgien im Halbfinale getippt habe. Aber ich glaube, Georgien wird es schaffen. Genauso wie Spanien. Wo Spanien dann Georgien jetzt hier so raushauen würde, auf die Tipps kann man jetzt noch nicht viel geben. Ich werde es tatsächlich tippen dann. Während der EM werde ich ein paar Spiele immer tippen, was dazu sagen. Und das ist mein Halbfinale. Deutschland gewinnt gegen Frankreich, zieht ins Finale ein, wo sie gegen Spanien spielen und mit 3 zu 1 gewinnen werden. Ich glaube, Deutschland wird diese Europameisterschaft im eigenen Land gewinnen. Ich mache mich dafür stark. Ich sehe Spanien, Deutschland und Frankreich als die drei Favoriten an, wovon ich dann glaube, dass Deutschland gewinnen wird. Ich habe eine Euphorie auf diese Europameisterschaft im eigenen Land. Und ich glaube, Deutschland wird das ganze Ding auch mit 3 zu 1 gewinnen können. Das Finale gegen Spanien. Und Georgien, meine Überraschungsmannschaft bisher, womit wir jetzt auch schon zu den Extracases kommen. Wo ich tatsächlich Georgien auch als die größte Überraschung der Europameisterschaft sehe. Das ist mein Tipp. Georgien, die größte Überraschung der Europameisterschaft. In der Gruppenphase kommen sie weiter. Wahrscheinlich schaffen sie es nicht ins Halbfinale. Aber ich denke, sie schaffen es ins 4. Finale. Kommt auch drauf an. Ich bin sehr gespannt. Das könnte mir richtig um die Ohren fliegen und eine richtige Blamage werden, wenn ich in einem Monat darauf reagiere und ein Video darauf zuhochlade. Lacht mich gerne aus. Ich glaube aber, das Team um Quarac, Gedia und weitere gute Spieler wird überragend werden. Und dann kommen wir auch zu meinem Flop. Ihr seht es schon. Ihr könnt es euch denken. Ich glaube, der Flop dieser Europameisterschaft wird England werden. Die englische Nationalmannschaft muss eigentlich in jedes Turnier reingehen und sagen, wir gewinnen das. Wir gewinnen das. Und es klappt nicht. Es klappt nicht. Letzte Europameisterschaft. Waren sie im Finale. Haben gegen Italien verloren. Und ich glaube, sie werden es in dieser Europameisterschaft noch nicht mal ins Halbfinale schaffen, was dann schon alleine ein Flop wäre. Dormitt, England, mein Flop der Europameisterschaft. Hier sehen wir Kieran Mbappé. Was habe ich wohl mit Kieran Mbappé vor? Ich glaube, Kieran Mbappé wird der Top-Torschütze. Man könnte ihn wahrscheinlich in allen meinen Extra-Sachen jetzt, die ich gleich noch sagen werde, ihr werdet gleich sehen, was ich mal habe für Extra-Sachen. Könnte man in überall rein tippen. Das werde ich jetzt extra nicht machen, damit wir Abwechslung haben. Kieran Mbappé wird aber Top-Torschütze der Europameisterschaft und Frankreich kommt bis ins Halbfinale. Nicht ins Finale, aber bis ins Halbfinale. Kieran Mbappé, Top-Torschütze Europameisterschaft 2024. Womit wir dann auch schon zum Topscorer kommen. Da wird man jetzt an sich auch Kieran Mbappé tippen. Das will ich logischerweise nicht. Also nach Kieran Mbappé wird der Topscorer dieser Europameisterschaft, der Europameisterschafts-Sieger, Florian Wirz. Er hat diese Saison eine überragende Saison gespielt. Über 20 Scorer in der Bundesliga. Bundesligameister, DFB-Pokalsieger im Europa-League-Finale gestanden. Und jetzt bei der Europameisterschaft wird er Topscorer und ein Anwärter für den Ballon d'Or in meinen Augen. Womit wir jetzt zum Topspieler der Europameisterschaft kommen. Hier sieht man zwei Spieler. Natürlich geht es hier nicht um Laporte, sondern um Rotri. Ich denke, er wird der Topspieler dieser Europameisterschaft. Rotri bei Manchester City. In meinen Augen der Mittelpunkt, der einfach das ganze Team leitet. Er kombiniert die Defensive, die Offensive von Manchester City und war letztes Jahr der Punkt, wieso ich glaube, Manchester City konnte die Champions-Sieg gewinnen. Ich sah ihn besser als Haaland und De Bruyne. Er wird der Europameisterschaftsspieler dieser Saison. Und das war es dann auch schon mit meiner schnellen Europameisterschaft-Prediction. Ich habe jetzt nicht viel dazu gesagt. Gerne Fragen in die Kommentare schreiben. Dann beantworte ich sie sehr, sehr gerne. Ich bin sehr, sehr gehypt auf diese Europameisterschaft. Ich habe Angst davor, das hier zu reagieren auf dieses Video in einem Monat, wenn wir sehen, was passiert ist. Das war meine kurze Prediction. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf diesen Freitag, wenn es endlich losgeht. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschau.